Oh, meine Mutter. Noch ein schönes Video, nicht? Vielleicht findest du ja noch ein Zuhause. Unser alter... Ein kleiner alter Opi. Zähne sind nicht mehr die allerschönsten. Aber ein ganz lieber Kerl, nicht? Er sucht noch ein Zuhause. Und er bettelt nach Zuneigung. Ne, kleiner Mann? Ja, fein. Ja. Sitzt hier mit seinem kleinen Pumpel. Nicht? Guck mal, schützt er. Guckst du ihn noch einmal kurz runter? Ja. Ja, fein. Guck mal. Du magst ihn, ne? Fein. Hey, hier. Lass uns mal wieder her. Ja, kriegst du ihn.